hey und willkommen zu diesem kleinen video ich habe mir gerade eben einen neuen coolie gekauft und wollte mich damit ein bisschen warm zeichnen und habe dann bei augen gemalt und dachte mir dann könnte ich eigentlich auch ein video dazu machen und deshalb habe ich hier dieses kleine video gemacht mit fünf fehlern die viele anfänger beim zeichnen von augen machen der erste fehler der glaube ich den wenigsten auffällt ist dass viele einfach in ihrer strichdicke überhaupt nicht variieren ich habe das hier versucht ein bisschen zu übertreiben und habe dann halt in allen schattenregionen halt relativ dicke und kräftige linien gemacht und in denen wo halt licht drauf kommt schon fast einfach die linie weg gemacht man sieht das auch bei anime ist relativ oft in den augen wo einfach dann die begrenzungen sage ich mal einfach weggelassen werden und das hilft auf jeden fall super viel um die augen einfach dreidimensionaler aussehen zu lassen und dann hier nochmals negativ beispiel einfach alle linien gleich kräftig gezogen sind was das ganze halt viel glatter finde ich wirken lässt und halt nicht so schön dreidimensional der zweite fehler und das ist ziemlich wichtig wenn man gerade etwas realistischer zeichnen möchte ist dass man mit einer kugel für den augapfel anfängt und nicht mit irgendwas ellipsen artiges weil das artet dann meistens in sehr komischen manga aber nicht so richtig augen aus und die kugel für den augapfel finde ich funktioniert sehr sehr gut um die proportionen richtig zu behalten und so und ich finde das ist ein sehr gutes gerüst um darauf aufzubauen ich habe das hier immer versucht so ein bisschen zu illustrieren und gerade weil man dann auch darin gut so die iris und die pupille halt im zentrum von dieser kugel als positionieren kann ist halt echt gut so als guideline und so und gerade für anfänger die halt ein bisschen realistischer zeichnen wollen ist das halt eine ziemlich gute methode und hier habe ich dann noch mal versucht mit dieser komischen ellipsenartigen form anzufangen und wie man sieht kommt da so ein sehr komischer comic artiger stil bei raus der viele leute dann halt wie ich auch tatsächlich schon oft gesehen habe daran hindert halt solche augen zu malen die halt dann eher in diese realistischere richtung gehen und halt überzeugender aussehen der dritte und wahrscheinlich einer der wichtigsten fehler die behoben werden müssen ist dass viele leute einfach falsch schattieren beziehungsweise halt sehr komisch schattieren beim schattieren geht es eigentlich im prinzip immer darum harte kanten und weiche kanten halt abwechslungsrecht zu gestalten und das habe ich halt hier versucht indem ich halt immer gerade mit coolie kann man das halt so machen eine kante meiner fläche immer abgrenze die dann halt in die andere richtung mit strichen halt aus faden lasse keine ahnung ich hoffe dass man das in der skizze ganz gut sieht und ich versuche halt das möglichst abwechslungsreich zu gestalten dadurch kriegt das ganze halt auch viel mehr textur viel mehr leben sage ich mal und das ist auf jeden fall sehr sehr wichtig auch was andere sachen angeht nicht nur augen sondern auch generell halt darauf zu achten einen guten guten mischmasch zu haben zwischen harten und weichen kanten und hier wieder mein negativbeispiel ich habe das jetzt mit coolie gemacht das kann man natürlich auch mit bleistift machen das geht dann so ein bisschen hand in hand mit dem ersten fehler dass man halt nicht in seinen strichdicken variiert und zwar habe ich mir hier mein kleines gerüst gezeichnet und dann habe ich mir einfach ein bleistift gemacht genommen und so richtig schön weich darüber schattiert alles so im fast gleichen ton keine kanten oder irgendwas in die richtung erkennbar manche nehmen dann sogar noch ihren finger oder irgendeinen tuch oder so und verwischen das ganze wenn ihr das macht bitte hört damit auf guckt euch andere videos an zum schattieren oder so ist es auf jeden fall ist es definitiv wert der vierte tipp und das ist wieder ein bisschen stilabhängig aber gerade wenn dann realistisch zeichnen will auf jeden fall wichtig ist dass man die augen richtig im gesicht positionieren und zwar sind links und rechts neben den augen jeweils noch mal eine augenbreite platz das kommt einem vielleicht anfangs ein bisschen komisch vor aber wenn man das dann tatsächlich mal auf bildern überprüft dann ist das wirklich so das hängt natürlich auch ein bisschen von mensch zu mensch ab aber wenn man es exakt machen möchte ist es im durchschnitt so dass halt in der mitte und neben den augen noch mal ein augen platz ist ich hoffe man sieht das an der skizze hier relativ deutlich und dann hier wieder als negativ beispiel ich habe es natürlich ein bisschen übertrieben habe halt die augen dort ganz an den rand gequetscht und ich hoffe man sieht was ich meine der fünfte fehler ist dass viele leute einfach nicht beachten dass das auge auch nur ein dreidimensionales objekt ist und gerade wie man das hier so schön sieht im profil halt eine komplett andere form hat als halt von frontal drauf wie genau man das dann halt im profil malt findet man am besten heraus wenn man einfach ganz viele bilder abmalt und halt aber auch aus anderen positionen das gleiche gilt natürlich auch von von einem oben unten schräg links rechts und so weiter genau und hier habe ich dann einfach als negativ beispiel ein gesicht im profil gemalt und einfach ganz dreist das auge frontal halt eingezeichnet was halt so natürlich nicht der fall ist und dann hier noch mal zum schluss eine kleine zeichnung von dem auge sachen die ich halt noch ganz gerne mache das ist natürlich aber auch nur optional ist ich betone ganz gerne diesen bereich wo die unteren wimpern drauf liegen sehr gerne ich hoffe man sieht das hier in der zeichnung ganz gut ich finde das gibt dem ganzen immer mehr ein bisschen mehr tiefe und keine ahnung ich mag das und außerdem mal ich immer recht deutliche tränen säcke zumindest deutlich sie immer also eigentlich immer an und ich finde das sieht ein bisschen besser aus muss man selber entscheiden und ich gehe mal recht sparsam mit wimpern um wenn ich augen zeichne weil ich finde zu viele wimpern können sehr sehr schnell das bild kaputt machen aber das ist wie gesagt auch bloß sachen die ich gerne machen und abschließend kann ich natürlich sagen macht studies von augen so mehr augen ihr abmalt und aus dem kopf malt und mit augen echten augen vergleicht desto besser werdet ihr oder fotos von euren eigenen macht und die abmalt aus allen möglichen positionen je mehr ihr augen mal desto besser werdet ihr das kann ich auf jeden fall versprechen und damit bedanke ich mich fürs zuschauen vielleicht wenn ich das gefallen hat könnt ihr es ja gerne in einem like oder kommentar oder ähnlichen ausdrücken da mache ich vielleicht so was ähnliches noch mal eigentlich ganz lustig und dann sieht man sich beim nächsten mal adios